Viele von uns wollen abnehmen und unschönes Körperfett reduzieren. Aber das ist gar nicht so leicht. Die Gründe dafür sind meistens im Alltag zu suchen. Da schlägt die berufliche oder familiäre Belastung zu Buche oder auch die allgegenwärtige Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, die uns nicht wirklich gut tun. 70% des Figurerfolges macht die Ernährung aus. Doch was ist die Lösung? Sporadisches Hungern in Form von Diäten ist sicherlich nicht die Lösung, wie man aus allen Erfahrungen weiß. Neben gesundem Sport bieten wir dir den persönlichen Figurplan als gesunde und nachhaltige Lösung an. Was ist der Figurplan? Der Figurplan ist ein individueller Ernährungsplan, der auf deine Bedürfnisse und Abnehmziele zugeschnitten ist und deine Vorlieben, deine Unverträglichkeiten oder Abneigungen beim Essen sowie Allergien und deine Kochmöglichkeiten berücksichtigt. Wie geht's? Tag für Tag bringt dich dein Figurplan zum Wunschgewicht. Mit abwechslungsreichen Speisen, ganz nach deinem Geschmack, ohne zu hungern, ohne Kalorien zu zählen. Was kannst du erreichen? Mit dem Figurplan in Kombination mit Sport kannst du durchschnittlich 6 bis 8 Kilo in 8 Wochen an Gewicht reduzieren. Abnehmen kann so leicht und lecker sein. Starte jetzt!